Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, nach dem DFB-Pokal ist vor der zweiten Liga. Wir sind jetzt in Hamburg schon angekommen, zuletzt jetzt eben im DFB-Pokalspiel bei Holstein Kiel, der Sieg im Elfmeterschießen. So mit einem Tag, nicht mal, aber mit einer Nacht Abstand. Wie hast du das Spiel noch mal Revue passieren lassen mit der Mannschaft? Wir haben das aufgezeigt, was wir gut gemacht haben, wie wir in der ersten Halbzeit angegangen haben, wie wir den Gegner bespielt haben, wie wir sehr konsequent verteidigt haben, wie wir auch mit unserem Anlaufverhalten den Gegner gelenkt haben, wie wir immer wieder auch Balleroberungen im Mittelfeld geholt haben, wie wir in den Umschaltspiel gut waren. Auch die Tore, die auch teilweise aus Eroberungen entstanden sind, da waren wir sehr griffig drin gewesen. Insgesamt, dass wir in dem Spiel viele Torchancen herausgespielt haben und dass wir auch drei Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben, das war positiv. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir im Defensivverbund auch aufpassen müssen, aber jetzt gestern muss man auch sagen, ist es auch leider geschehen durch eigentlich zwei klare Eigentore und das dritte eigentlich auch. Also da waren trotzdem auch viele vernünftige Aspekte mit dabei und hat der Mannschaft gut getan, war für uns ein wichtiger Sieg und auch für den Verein, das weiterkommen. Aber jetzt gilt logischerweise unser Fokus schon direkt wieder auf den HSV. Du sprichst die Moral an, die das natürlich dann mit sich bringt, so einen emotionalen Sieg dann auch zu feiern. Kann man dann wirklich auch davon ein bisschen was mitnehmen, weil Samstagabend Topspiel in der zweiten Liga beim HSV geht es direkt weiter? Das habe ich schon immer gesagt, Siege sind was ganz Wichtiges, Siege geben Selbstvertrauen, Siege geben Selbstverständlichkeit, Siege lassen Spieler Dinge machen, die diese sich dann vielleicht, wenn sie ein paar Mal verloren haben, nicht so getrauen und auch eine gewisse, es kann immer da mal von der psychischen Verunsicherung entstehen, das ist was völlig Normales. Das betrifft alle Teams in der Liga, deswegen war es wichtig, dass wir gewonnen haben, es hat uns auch gut getan und jetzt wollen wir das auch mit in das nächste Spiel nehmen. Der HSV hat sich jetzt in der Saison bisher wieder oben in der Spitzengruppe festgesetzt, wie hast du den Verein bisher eingeschätzt in der Saison? Das ist jetzt für mich keine Verwunderung. Der HSV ist eine gewachsene Mannschaft, mit einer guten Stabilität, Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive, das hat man nicht. Sie haben auch ihren Kader zum Großteil über die zusammengehalten, was wenn insgesamt in der Liga sind, die Mannschaften, die zusammenbleiben, dass sie stabil wirken im Saisonverlauf und der HSV ist in der Offensive, hat eine hohe individuelle Qualität, aber auch eine Wucht und auch Möglichkeiten zu variieren, deswegen treffen wir auf eine der stärksten Mannschaften in der Liga. Es ist ja ähnlich wie jetzt das Pokalspiel in Kiel, wieder ein Flutlichtspiel, wieder besondere Atmosphäre, dann das Volksparkstadion, was ja in der gesamten Hinrunde eigentlich auch schon ausverkauft ist. Wie ist es dann aus deiner Sicht, worauf wird es ankommen für uns? Ja, ich denke, es wird ganz entscheidend sein, dass wir unsere Spielart auch mit reinbringen, dass wir es schaffen, den Gegner gut anzulaufen, gut zu stellen, dass wir die Balloberung hinbekommen und dass wir auch mit dem Ball unser Spiel aufziehen, dass wir es auch schaffen, immer wieder den Gegner in der Tiefe zu attackieren und dass wir wissen an dem Tag von Beginn an, dass wir da sind und ich glaube, das wird eine sehr interessante Partie für die Menschen, die ins Stadion kommen. Abschließendfrage, es ist jetzt ja so, dass wir ein paar Tage auch beieinander haben mit der Mannschaft, mit der gesamten Mannschaft, gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Wie wichtig ist das tatsächlich dann auch nochmal so den Austausch nochmal ganz persönlich suchen zu können, den es natürlich auch in Magdeburg gibt, aber so ist es ja so ein bisschen wie so ein Mini-Trainingslager auch. Ja, wir hatten es jetzt die letzte Saison nicht gehabt, aber die beiden Seasons davor, da ist es immer etwas, was in der Mannschaft auch mal gut tut, wenn du so fünf Tage, vier, fünf Tage beieinander bist, wenn du die Gespräche führen kannst, wenn du als Team zusammen bist, wenn du dann auch die Spiele beieinander hast und dich aufeinander fokussieren kannst. Deswegen tut es der Gruppe gut und können uns dadurch auch gut jetzt auf das Spiel vorbereiten. Und zwar jetzt auch nach dem Spiel in Kiel auch wichtig, weil jetzt haben wir auch noch Verlängerung gehabt. Ich glaube, das sind knapp 160 Kilometer gelaufen das Team, also das ist schon einiges. So was gut, dass wir die Zeit nutzen konnten für die Regeneration. Alles klar Trainer, dann erstmal vielen Dank und natürlich weiter gute Vorbereitung. Danke euch.